Erstmal liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und natürlich herzlich willkommen für alle Nichtmuslime. Das ist ja eigentlich das, was wir auch gerade vorhaben in den Hallen, dass jeder Muslim ein Nichtmuslim mitbringt. Jetzt muss sich jeder, weil wir wollen ja den Menschen, diese schöne Religion und diese Wahrheit, diesen einzigen Weg zum Paradies, wollen wir den Menschen vermitteln. Deswegen muss normalerweise jeder Muslim eine Verantwortung fühlen, einen Nichtmuslim mitzunehmen oder einen Muslim halt, der diesen Zickzack-Kurs macht. Die sogenannten Muslime. Alhamdulillah, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Islam. Um Islam gezogen. Alhamdulillah. Und, aber das Thema, habe ich eigentlich genannt, war Jesus Muslim oder Christ? Neuauflage. Alhamdulillah. Und, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade hier in Deutschland, wo wir es ja vor allen Dingen mit zwei großen Weltreligionen zu tun haben. Da gibt, natürlich gibt es auch noch Anhänger anderer Weltreligionen. Aber die meisten Menschen, die sich einer Religion, also zuordnen, sind entweder Muslime oder Christen. Sogenannte Christen und sogenannte Muslime. Und deswegen ist es ja wichtig, wenn wir sehen, dass beide Wege, sowohl der Islam als auch das Christentum, von sich behaupten, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein, ist es sehr wichtig, zu wissen, was ist der wahre Weg? Für den Nicht-Muslimen ist es wichtig, also, wir Muslime sind ja fest davon überzeugt, dass der Islam der einzige wahre Weg zu Gott ist. Weil Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 85, Und wer sich eine andere Religion wünscht, als der Islam, sie wird von ihm nicht angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Aber, das Christentum sagt von sich selber auch, wir sind der einzig wahre Weg zu Gott. Sie sagen, wenn jemand nicht daran glaubt, dass Jesus für die Sünden von ihm gestorben ist, ist er verloren. Deswegen, für uns Muslimen ist es wichtig, dass wir eventuell Argumente kennenlernen, und auch wissen, wie wir jemandem begegnen, der dieser Glaubensrichtung folgt, und vielleicht jemanden einlädt. Vielleicht hat er schon mal an der Tür geklopft, ja. Oder vielleicht sieht man in der Straße, welche Jesus lebt, und so weiter, die mit einem reden wollen, und dann hat man einige Informationen. Alhamdulillah, Jesus lebt auch. Alhamdulillah. Stimmt. Alhamdulillah. Und auf der anderen Seite natürlich für die Nichtmuslime, dass man sich einfach mal Gedanken macht, bin ich Christ, also der jeweilige Christ jetzt, weil meine Eltern Christen sind? Ich frage dann meistens immer die Frage, was bist du denn, evangelisch oder katholisch? Welche Richtung? Dann sagt jemand, ja, katholisch. Ach so. Ja, wie hast du dich dazu entschlossen, katholik zu werden? Ist es eine rationale Entscheidung? Warum bist du nicht protestant? Warum bist du nicht evangelisch? Vielleicht ist evangelisch ja richtig. Ja, nee, ich bin eigentlich nur katholik, weil meine Eltern sind katholik. Aha. Aha. Das heißt, und früher haben übrigens die Katholiken gesagt, dass die Protestanten verloren sind, die Protestanten gesagt, dass die Katholiken verloren sind. Ja, heutzutage Dialog unter den Religionen, ja, kommen auf einmal alle ins Paradies. Aber gehen wir mal davon aus, was ist denn jetzt, wenn, für den Katholik, wenn Protestanten oder wenn die Protestanten richtig wären, ja? Das heißt, man muss sich darüber bewusst sein, den Weg, den man geht, den Weg, der einen zum Paradies führen soll, den kann man sich nicht von anderen auswählen lassen, ohne rational darüber nachzudenken, was ist der wahre Weg. Und deswegen für uns als Muslime, und auch für die Christen, es gibt ein Bindeglied sozusagen zwischen Islam und Christentum. Und das ist die Person des Christus. Jesus, beziehungsweise Isa im Arabischen. Und man sollte genau wissen, was dort geglaubt wird. Wir Muslime sagen, dass wir die Urchristen sind. Wir folgen der Religion des Al-Maschin-Gottes. Allah im Arabischen und dieser Al-Maschin-Gott hat zu jeder Zeit, an jedem Ort oder hat auf der ganzen Welt, hat er Gesandte geschickt. Er hat Gesandte geschickt zu den Menschen für eine Botschaft, um eine Botschaft zu vermitteln. Und diese Botschaft ist, diene Gott allein. Diene dem Schöpfer. Liebe den Schöpfer. Lebe für den Schöpfer. Und diene nicht die Schöpfung an. Diene nicht die falschen Götter an. Sind das meine Worte? Das sind die Worte vom Allmächtigen Gott im Koran. Allah sagt im Koran, in Surah 16, Vers 36, Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, dass sie den Menschen lehren, diene Gott allein. Diene dem Allmächtigen Gott, Allah alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Botschaft. Und wir sagen, dass alle Propheten, sei es Moses, sei es Abraham, sei es Jakob, sei es Joseph, sei es Isa, also der Christus, sei es Mohammed, a.s. Frieden und Segen auf ihn allen, dass alle vom selben Allmächtigen Gott mit dieser Botschaft kamen. Und wer dieser Botschaft folgt, lebt für den Allmächtigen Gott, dient dem Allmächtigen Gott, was wird er bekommen? Er wird in das Paradies stehen. Dem wird die Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes zuteilen. Und er wird in das Paradies gehen und dort für alle Ewigkeit leben. Und er wird dem Höllenfeuer entkommen. Und Allah sagt im Koran, Jede Seele wird den Tod kosten. Und dann wird euch der Lohn am nächsten Tag zukommen, was du getan hast. Und dann sagt der Informant, sucht sie an den Nahr, über utrile Jannah, und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten geht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Der hat gewonnen. Und das ist der gewaltigste Gewinn. Eine Welt über unserer Vorstellungskraft. Und das ist das, wozu wir einladen. Hier auf dieser Welt nehmt so zwei, drei, vier, fünf, fünf Minuten, fünf Sekunden im Vergleich zu dem, was dort kommt. Noch mehr. Der Prophet Zaheim sagt, dass diesmal Leben gegen das Jenseits ist, als wenn man den Finger in den Ozean steckt. Das, was man am Finger hat von dem Wasser, ist das Diesmal, und der Rest ist das Jenseits. La ilaha illallah. Jetzt, wenn man jemandem sagt, ja, wir sind Muslime, wir glauben auch an Jesus, wir behaupten sogar, wir sind die wahren Anhänger von Jesus, weil Jesus ist ein Muslim, wie Jesus ist ein Muslim. Wie? Ihr Muslime seid doch die, die Rentner verhauen in Deutschland. Die Leute abzielen. Das sind doch die Muslime, die wir kennen. die Frauen zum Kopftuch zwingen. Welche Frau hier wurde zum Kopftuch gezwungen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Denn diese armen Frauen, diese Millionen von Frauen in Deutschland, die zum Kopftuch gezwungen werden, haben, wie viele Frauen mit Kopftuch kennen Sie denn, Frau Müller-Meyerschmitz? Wie viele kennen Sie denn? Wie viele persönliche Freunde haben Sie denn mit Kopftuch? Äh, keine. Mit wie vielen haben Sie persönlich geredet, ob sie zum Kopftuch gezwungen wird? Äh, keine. Aha. Woher haben Sie das denn, dass die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden? Aus dem Fernsehen. Aha. Da kriegt man die richtigen Informationen über den Islam. Aber okay. Ja, man hat normalerweise zwei... Nee, 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 Brüder, Brüder, bitte, bitte. Guck mal, ein Platschen ist sowieso nicht so eine islamische Eigenschaft. Aber okay. Jedenfalls, jedenfalls, ja, das sind diese Bilder. Wie Jesus, Muslim, Islam, das ist doch eine Religion. Hier in Deutschland werden die Moscheen gebaut und dort drüben sind die ganzen Kirchen am Brennen. Wo? Wo? Wo ist die Kirche am Brennen? Ich habe vorgestern vor drei Tagen oder so eine mehr bekommen. Ja, hier in Deutschland, hier, ihr seid die Flyer am Verteilen bei uns, bei euch in den Ländern sind die Kirchen am Brennen. Wo? Hört mal, wenn, wenn ein Christ in einem arabischen Land ohne Pflege ins Essen getan wird, dann steht die Navy und die Marines und die ganze Urmu schon da vor der Tür. Subhanallah. Hier. Beispiel. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich will jetzt das, ich will nicht sagen, ja klar, geh auf die Christenlosen in den arabischen Landen, weil die Leute versuchen immer die Wörter umzudrehen. Aber du siehst doch, sobald irgendwas passiert, überall in den Medien, tausende von Christen werden jedes Jahr in den arabischen Ländern abgeschlachtet. Wo sind die? Wo? Wenn einem was passiert, wir haben es gehört, hier, in der Türkei, ja, wurde ein christlicher Missionar aus Deutschland umgebracht, ich glaube, überall in der Zeitung. Dann müssen ja die anderen Tausenden vom Fälle ja auch in der Zeitung stehen, oder? Nee, 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 nee. Totaler Schwachsinn. Außerdem hat die türkische Regierung das befohlen, dass der umgebracht wird, oder waren das Einzeltäter? Und sind die Leute, die das gemacht haben, jetzt im Gefängnis? Oder haben die einen Ehrenpreis bekommen? Äh, 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 äh. In Deutschland werden jedes, jeden, werden so viele Menschen von Rechtsradikaten? Ist das die deutsche Regierung? Ist das die Mehrheit der Bevölkerung? Nee. Subhanallah. Wollte ich nur mal so kurz am Rande bringen. Jedenfalls, das sind die zwei Reaktionen, die wir meistens haben. Ja? Du erzählst etwas von Islam und du betonst, dass wir glauben, dass Jesus ein Muslim war. Denn was ist ein Muslim? Ein Muslim ist ein Gottergebener, jemand, der sich dem Willen Gottes unterwirft und Jesus war jemand, der sich dem Willen Gottes unterworfen hat. Wenn du das erzählst, du kriegst zwei, zwei Reaktionen. Wir glauben an Jesus, wir glauben an Jesus, eure Religion, und da, 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 Terror, die ist da. Ja? Das ist die erste Reaktion. Was sagen wir zu diesen Menschen? Zu diesen Menschen sagen wir, danke, dass du über meine Religion fragst. Aber es ist falsch, was du da denkst. Und, ich muss dir über meine Religion die Wahrheit sagen, denn Allah sagt im Koran, fürchtet Allah, und sagt ein wahres Wort. Das heißt, wenn ich etwas Falsches sage über meine Religion, könnte ich bestraft werden. Übrigens falsch, irgendwelche Nichtmuslime hier sind, die von diesen ganzen Hasspredigern, nichtmuslimischen Hasspredigern, ja, einige Informationen bekommen haben, von wegen, ja, bei den Muslimen gibt es Taqriya. Taqriya, ja, das heißt, die lügen dich an über ihre Religion und sagen, nee, nee, das stimmt gar nicht und so, ja. Erstmal, Taqriya ist erstmal bei Abu Sunnah wal Jamaah. Nur erlaubt in einem Fall, wo dir einer die Pistole an den Kopf fällt. Glaubst du an Islam? Na. Und im Herzen hast du den Iman, ja. Das ist die einzige, die einzige Situation. Aber nicht, dass sich jemand fragt, ja, wie ist das eigentlich im Islam? Gibt es im Islam dies und das? Gibt es im Islam Kopftuchpflicht? Nein, nein. Das ist nicht erlaubt. Das ist Haram hoch. Tausend ist das. Und wer das macht, hat eine riesen Sünde. Deswegen gebe ich dem Muslimen auch direkt den Tipp. Vorsichtig sein. Jedenfalls, das ist die erste Reaktion. Dann sagen wir, hier, ich muss dir die Wahrheit sagen und selbst wenn ich die Wahrheit nicht sage, Alhamdulillah im Islam, wir haben Quellen, die unverändert sind. Das heißt, wenn ich dir das gesagt habe, du kannst nachschlagen, nachlesen, wir haben den Koran, kein Wort hat sich verändert, Alhamdulillah. Das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist derjenige, der sagt vielleicht zu dir, ja, wenn ihr an Jesus glaubt, wo ist euer Tannenbaum? Wo sind die Ostereier? Wo sind die Weihnachtsgeschenke? Was sagen wir zu dem? Wir sagen erst mal, der Weihnachtsmann hat nichts mit Christentum zu tun, weil wir folgen ja der wahren Religion von Jesus und Jesus ist gar nicht im Winter geboren, sondern im Sommer. Ja, erste Sache. und das Geburtsdatum von Jesus ist nur auf den 24. September. Dezember, ich bin schon lange kein Christ mehr, 24. Dezember gelegt worden. Aus welchem Grund? Weil dort ein gewisses Fest war von den Götzendienern, der damals in Zeiten nach haben sie das Fest hingelegt. Dann Eier sammeln, Ostereier sammeln, kommt von wem? Kommt von den Germanen. Der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum, wo kommt der her? Von den Kelten. Die Kelten haben damals den Baum mit reingeschleppt in die Wohnung, haben den geschmückt und er sollte dann der Wohnung Baraka geben. Hat das mit Christen noch was zu tun? Nein. Und da wir die wahren Folger von Jesus sind, praktizieren wir die Sache natürlich nicht. Das wäre die erste Sache. Der andere, der vielleicht etwas mehr Kenntnis hat, der sagt dann zu dir, ja, warte mal, aber im Islam, ihr seid beschnitten. Da sagen wir, ja klar, weil es steht in der Bibel, Lukas 2, Vers 21, Jesus war auch beschnitten. Und im Islam gibt es Polygamie. Ja, klar, dabei steht in der Bibel, erster König, 11, Vers 3. Und im Islam gibt es Todesstrafe. Ja, stimmt, steht auch im Neuen Testament, Matthäus 15, Vers 3. Aber die Frauen bei euch tragen ein Kopftuch. Ja, klar, steht auch in der Bibel, erster Korinther, 11, Vers 7. Und bei euch ist kein Schweine verschobt. Ja, steht auch bei euch in der Bibel, Leviticus 11, Vers 7 auch. Moment. Das kann doch gar nicht sein. Das steht alles bei uns. Ja, aber ihr betet mit dem Gesicht auf dem Boden. Weil viele Leute denken, das wären die Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Da sagen wir, ja, wir beten mit dem Gesicht auf dem Boden, wie unser Vorbild in der Bibel. Jesus a.m. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu Gott. Zu unserem Gott. Zu eurem Gott. Zu Gott aller Menschen. Zu allmächtigen Köpfen. Jetzt frage ich, wer sind die besseren Christen? Wie Muslime, oder die, die so beten? Elhamdulillah, das nur dazu. Ich könnte dann noch jemand sagen, ja, aber bei euch, da gibt es ja Zwangsheirat. Was sagen wir dazu? Wir sagen, stimmt. Gibt es bei uns, bei den Muslimen, gibt es aber nicht im Islam. Man darf den Islam nicht am Muslim messen. Weil das ist ein großer Fehler, den viele heutzutage machen. Ja, die Jugendlichen, die sind bestimmt so kriminell, weil die Muslime sind. Nee, nee, die sind so kriminell, weil die gar nicht wissen, was Islam ist. Das ist das Problem. Die meisten Menschen wissen es nicht. Das ist der Grund. Ja, und Integration hier, die Menschen, ja, die können alle Deutsch, so schlecht, so sind das nur die Muslime? Wer arbeitet hier im Callcenter? Arbeitet ihr im Callcenter? Eine Frau? Du arbeitest im Callcenter. Okay. Du rufst bestimmt immer an, auch zu anderen Leuten. Sind das nur die Muslime, die kein Deutsch können? Hier, ich habe eben mit einem gesprochen, der arbeitet im Callcenter. Da gibt es Russen, die können kein Deutsch, Griechen, die können schlecht Deutsch, Italiener, die können schlecht Deutsch. Ja, aber die Muslime, die schlecht Deutsch sprechen, die können bestimmt kein Deutsch wegen Islam. Die sind so, die Muslime. Deswegen sind die so, weil das ist so eine Religion, ja, so denken einige. Und Integration, guck mal hier, das ist, ich meine, wobei ich jetzt sage, die Türme beleidigt sind, wenn ich das jetzt sage. Und ich rede ja nicht für alle Deutschen, ich rede jetzt für den, der in meiner, in der Kneipe von meiner Mutter an der Theke sitzt und sagt, die ganze Muslime, der Döbel, der müsste nochmal drei Monate zurückkommen. Für die rede ich jetzt, ja, von denen es 10.000 in Deutschland gibt. 10.000. Und was jetzt sogar noch angeheizt wird, dass eine Moschee schon gebrannt hat. Die Kirchen brennen nicht in den islamischen Ländern. In Deutschland brennen die Moscheen, Maschallallah. Und warte mal die Zeit ab. Warte noch ein paar Jahre Hetzkampagne ab. Die Muslime wollen uns alle von innen fressen, kommen dies, das, ja. Warte mal die Zeit ab. Ja. Ich rede für diese Leute jetzt. Und er sagt dann zum Beispiel, ja, die Türken, einmal hat mich einer getroffen im Aldi, ja, hatte ich so eine schöne Form an, ne. Ja, sie wollen sich doch hier integrieren. Glaubt mir, der weiß gar nicht, was Integration heißt. Integrieren. Vogel ist mein Name. Integrieren. Vogel. Vogel. Jedenfalls. Jetzt muss er es trinken. Das erzähl ich meiner Oma Else, dann bekommen sie aber Ärger. Jedenfalls, Integration. Für die Türken, die Türken, die haben sich hier nicht integriert. Integration, meine Herrschaften, ist ein zweiseitiger Prozess. Integration ist ein Geben und Nehmen. Wem man kein Gefühl gibt, sich integrieren, wem man nicht willkommen heißt. Ja, und willkommen heißt nicht hier, wir haben das im Gesetz stehen. Ja, bei uns im Buch hier, Gleichberechtigung. Das ist etwas, was auch von den Herzen kommt. Ich will jetzt nicht nur die Deutschen kritisieren, ich kritisiere auch uns. Wir haben uns oft genug kritisiert. Wir machen große Fehler. Ich sage zu jedem, Jugendlichen, der solche Sachen macht, Leute abzieht, Scheiß, so und so, ich muss uns das Wort jetzt nur, um das nachzusagen, was diese Leute sagen. Brüder, das ist eine richtige, schlimme Sache. Und jeder soll sich übernehmen und soll wissen, jedes Fehlverhalten von ihm geht auf den Islam zurück, subhanallah, dass wir auch wach werden. Aber gehen wir zurück zur Integration, zweiseitiger Prozess, nicht nur etwas, was im Buch steht hier, hallo, bei uns haben wir Gleichberechtigung, ist etwas, was vom Herzen kommt. Wenn der türkische Arbeiter in seinem Kraftwerk arbeitet und von seinem Chef werden 20 türkische Arbeiter alle nur Ahmed genannt oder Mehmet, dann muss man sich nicht wundern, dass der sich nicht willkommen fühlt. Und komikerweise, komikerweise, wenn du viele Leute fragst, die genau diesen Punkt bringen, ich rede nämlich über alle Deutschen, sondern viele, die genau sagen, die Türken, die Türken, ja, dann sagen wir, dann waren die in der Türkei Urlaub, und sagen, ach, so nette Menschen, Gastfreundschaft, Essen, Aha, wieso kommst du mit den Türken da, zurecht, mit Türken hier nicht zurück, woran liegt das? Mal drüber nachdenken, das sind dieselben Menschen, oder? Hä? Da können wir nur sagen, wenn du mit den Türken nicht zurechtkommst, die in Deutschland wohnen, dann ist das das, was Deutschland aus den Türken gemacht hat. Chalas, wenn du damit nicht zurechtkommst. Ganz einfach. Das als Beispiel. Wie gesagt, um zurück zu dem Punkt zu kommen, um zurück zu dem Punkt zu kommen, wir haben gesagt, der eine weiß gar nicht, was das heißt, dann sagt vielleicht jemand, Zwangsheirat, wir waren bei der Zwangsheirat, und ich sage, Zwangsheirat gibt es unter den Muslimen, ist aber im Islam verboten. Denn der Prophet, s.a.w. hat was gesagt, Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, dann muss er sie fragen. Und deswegen sage ich jedem Vater hier, jedem Vater hier, der solche Gedanken im Kopf hat, du tust deiner Tochter kein Gefalle, und du tust dir kein Gefalle, und du wirst am jüngsten Tag gefragt werden, was du getan hast. Das nur dazu. Aber wo haben wir Zwangsheirat? In der Bibel. Ja, nicht wütend auf mich sein. Nicht wütend auf mich sein. Deuteronium 25. Aber für Männer. Das heißt, der Mann, wenn jemand verheiratet war, und der Mann, der stirbt von der Frau, dann muss der Bruder diese Frau heiraten, wenn er das nicht macht, dann muss er sich hinstellen, und die Frau kommt an, und vor allem Leuten, spucht ihm ins Gesicht, und knackt. Spucht ihm ins Gesicht, ja. Zwangsheirat, und da ist es straf. An anderer Stelle, Deuteronium 22, an anderer Stelle steht, ich kann kein Hebräisch, nur mir hat das jemand erzählt, der Hebräisch kann. Das steht, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, ja, dann muss der Mann dem Vater 50 Silberschädel geben, und dann darf er sie ein Leben lang nicht mehr entlassen. Das ist in Deuteronium 22, Kapitel 22, 22 bis 28. Das nur dazu. Weil man kann immer so schön, man kann immer so schön, die Muslime, ja, nur wenn es dann zurückgeht, dann sagt man, der böse Vogel, dieser böse Pierre Vogel, der bringt die Sachen immer total aus dem Kontext aus. Kein Problem, guck doch mal nach, bitte schön. Wir haben die Verse genannt, nachlesen, nicht mich tadeln, sich selber tadeln. Wenn man nicht mit dem zurechtkommt, was in der eigenen Bibel steht, dann muss man sich eine andere Religion suchen. Bring mir irgendwas vom Koran. Bring mir irgendwas vom Koran. Jetzt sag mir, der Prophet hat Aisha geheiratet, als jung war. Sag ich, Alhamdulillah. Das ist mein Prophet. Das ist der, an den ich glaube. Meinst du, du gibst mir eine neue Information über meinen Prophet? Sallallahu alaihi wa sallam. Das nur dazu. Der Nächste sagt von euch, ja, aber bei euch im Islam, in Afghanistan, da dürfen die Frauen keine Lehrerin sein. Wir haben schon gesagt, wir reden über Islam, nicht über, was macht irgendjemand? Die islamische Frau, die Muslimin, kann in Deutschland keine Lehrerin sein, wenn sie Islam praktiziert. Ja, haben wir gesehen. Oder? Oder? Haben wir gesehen, oder? Mit Kopftuch kann sie nicht in die Schule gehen. Aber die Nonne kann ruhig. Ist kein Problem. Die kann ruhig in den Schulen unterrichten. Gibt es in Deutschland eine islamische Schule? Komisch. Warum gibt es in Holland eine islamische Schule? In England eine islamische Schule? In USA eine islamische Schule? In Kanada eine islamische Schule? Warum? Subhanallah. Seltsam, oder? Aber vielleicht liegt das auch an uns, weil sich hier leider keiner Gedanken darüber gemacht hat, wie er das machen kann. Aber im Islam kann die Frau Lehrerin sein. Und wer sich ein bisschen mit der islamischen Geschichte auskennt, der wird wissen, dass Aisha die Frau des Propheten die geliebte Frau des Propheten die den Propheten geliebt hat, die mit ihm bis zum Ende geblieben ist, die die Religion nach dem Tod von ihm verteidigt hat, dass diese Frau 88 große Gelehrte des Islam ausgebildet hat. Und dass sie eine Spezialistin war in Mathematik zur damaligen Zeit und Medizin zur damaligen Zeit. Und wer sich ein bisschen auskennt, wird sehen, dass große Gelehrte wie Ibn Hajj al-Asqalani radiallahu anhu rahmallah, dass die Frauen als Schiuch haben, dass damals viele Frauen gaben Hadith, die den Männern beigebracht haben. Natürlich nicht auf diese Art ha 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 ha, ne, klar, checker, checker, sondern auf vernünftige Art und Weise. Aber subhanallah, das gibt es. Aber wo ist es verboten, dass die Frau Lehrerin ist? Ha 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 ha. Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Dort steht Neues Testament. Dort steht, die Frau soll in Stille sein. Was heißt das? Mund halten, ne? Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Und über einen Mann herrscht, erlaube ich auch nicht. Frau Merkel. Sie sind, okay, Sie sind bei der CDU, Frau Merkel. Aber okay, kein Problem. Das nur dazu, weil, wie gesagt, so viele Vorurteile und wenn man dann jemandem erzählt, hier, bitteschön, wird zurückgeschossen, ja, ja, der Islam, der Islam, dann ist auf einmal der Knockout, ja, der Vogel, was der alles erzählt. Bitteschön, 1. Timotheus, 2. Vers 11 ist 13. Kann man nachlesen. Aber der andere, der fragt sich vielleicht, jemand, der nicht nur Konter geben will, weil es gibt viele Menschen in Deutschland, wir haben jetzt ein bisschen die Sache schwarz gemacht, es gibt viele Menschen in Deutschland, wir haben es gerade wieder gesehen, Alhamdulillah, ein Mädchen Muslim geworden, gestern eine Frau Muslim geworden, davor eine ganze Familie zum Islam übergetreten, dann im Internet, einer wird Muslim, dann ruft einer an, wird Muslim, ihr habt das vielleicht gesehen im Internet, aber die Krönung, es werden sehr viele Leute Muslime, sehr viele Leute machen sich Gedanken und es gibt vielleicht Leute, die sich wirklich aufrichtige Gedanken machen, was ist der Unterschied, der sagt sich, wie kommt es, dass ihr diese Sachen wie Beschneidung, kein Schweinefleisch, und so weiter, praktiziert und die stehen bei uns in der Bibel und wir praktizieren sie nicht und wir wissen nicht, dass ihr sie praktiziert, das sind drei Fragen, erste Frage, warum praktizieren ihr die, zweite Frage, warum praktizieren wir die nicht, obwohl sie in der Bibel stehen und dritte Frage ist, warum wissen wir nicht, dass ihr die praktiziert, warum man das nicht weiß, ist ganz einfach, weil der Satan natürlich versuchen wird, die wahre Religion, ja es gibt viele Religionen, jede Religion sagt, wir sind der wahre Weg, der Satan wird natürlich versuchen, die wahre Religion in das falsche Licht zu stellen, indem er die, indem er die Folger dieser Religion, die Anhänger dieser Religion anheizt, schlechte Dinge zu tun, damit ihr denkt, ja, ja, guck hier, die Muslime schlagen ihre Frauen und so, und indem er das Bild des Islam verwischt, insbesondere durch die Medien, beispielsweise, insbesondere, und deswegen weiß man nicht so viel Islam, subhanallah, ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, in so einem Magazin, ich weiß nicht mehr genau, was das war, Stern oder Spiegel, da waren in einem Bericht so viele Fehler und Entstellungen drin, unglaublich, unglaublich, subhanallah, unglaublich, dass sowas hier in die Zeit kommt, die Islam-Experten, oder dann bringt man irgendwelche Islam-Experten vor, ja, die absolut nichts mit Islam zu tun haben, ja, und dann ist klar, dann lernt man natürlich von Islam, und unsere Schuld, die praktizierenden Muslime, dass wir uns keine Mühe geben, die Leute richtig zum Islam einzuladen, das ist der erste Punkt, wie gesagt, wir zeigen auch immer mit dem Finger auf uns, zweite Stelle ist, warum praktiziert ihr das nicht, woher kommt das, was soll ich zuerst machen, warum praktizieren wir das oder ihr nicht, wir machen, warum praktiziert ihr das nicht, also der Christ, warum praktiziert er es nicht, woher will er die Bibel haben, woher will er die Antwort haben, Bibel oder Koran, machen wir erstmal aus der Bibel, in der Bibel steht, Matthäus 5, Vers 16, dass Jesus gesagt haben soll, Jesus soll gesagt haben, laut Bibel, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz, das heißt, was die vorigen Propheten gebracht haben, Hände waschen, bevor man betet, waschen, und kein Schwein, weil das, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu abrogieren, zu verändern, ja, denkt das nicht, denn ich bin nicht gekommen, um es zu verändern, sondern um es zu vollenden, aha, komisch, warum sagt denn jetzt jeder, ja, die Juden dürfen kein Schweinefleisch essen, steht im alten Testament, aber die Christen nicht, woran liegt das? sagt er, okay, mit Schweinefleisch, früher gab es keine Kühlschrank und so, aber der Bibel steht nicht, er dürfte kein Schweinefleisch essen, weil kein Kühlschrank ist da, und er steht, er dürfte kein Schweinefleisch essen, weil es ein Spaltfuß ist, aber kein Wiederkäuer, aber davor steht, der Hasen ist ein Wiederkäuer, jedenfalls, dann sagen wir ja, okay, was ist das für eine Begründung? Kein Kühlschrank, als Adam die falsche Frucht gegessen hat, vom falschen Baum, warum hat Gott ihn für diese Sünde aus dem Paradies herausgebracht? Warum? Wegen der Frucht? Die Frucht macht Gott nichts aus, sondern weil er ungehorsam war. Adam hätte auch nicht sagen können, ja, weißt du Gott, aber heute haben wir Kühlschränke für den Apfel. Subhanallah. Es geht ihm das Gehorsam. Wir sagen, okay, Schweinefleisch und so weiter, da haben die Juden praktiziert. Jesus sagt, kein Gesetz wird sich ändern und dann sagt er noch, als richtige Drohung und wer auch nur das kleinste Gesetz verändert, und so sagt er es in Folge von ihm, wer auch nur das kleinste Gesetz ändert, glaubt Bibel, der wird der kleinste genannt werden, vom Himmelreich aus. Sinngemäße Übersetzung. Der kleinste. Wer nur ein einziges Gesetz verändert, wird der kleinste sein. Jesus. Jetzt schlagen wir ein paar Kapitel weiter, dann kommen wir zu den Briefen vom Apostel Paulus. Wir fragen, Schweinefleisch essen, Wertgesatz kann man ruhig, Paulus. Gebet, so, so, was nachher kann. Und so weiter und so fort. Schweinefleisch, Gebetswaschung, diese ganzen Sachen, alles abschaut. Paulus, 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 alles. Er sagt, er sagt, laut seinem Buch, Jesus hat uns mit seinem Tod vom Fluch des Gesetzes befreit, sodass wir brauchen uns nicht mehr an diese Gesetze, an den großen Teil davon, diese Reineheitsgesetze zu halten. Subhanallah. Jesus sagt, wer auch nur ein einziges Gesetz verändert, der wird der kleinste genannt werden. Was ist mit jemandem, der alles auslöscht? Was sagt jetzt die Bibel dazu? Was sagt der Koran dazu? Der Koran sagt ganz eindeutig, dass die Botschaft verstellt wurde. Er sagt, fawelulillelavina yaktubunalkitabe bi aydihim. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Schreibung. Fumme yakuluna hadha min endillay liashtawitam al-qalila. Und dann sagt dieses von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. So. Jetzt die Frage, wie? Die Frage war gewesen, warum praktizieren wir das nicht? Wir haben schon gesagt, ist alles verändert worden. Jetzt die Frage, warum praktizieren wir Muslime das? Weil wir Muslime sagen, dass vor 1400 Jahren der letzte Prophet an alle Menschen gesandt wurde. Als Barmherzigkeit für die Menschen. Womme arselnaka ila rahmatan al-alamin. Sagt Allah im Koran. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welt geschickt. Und dieser Prophet kam mit einer Aufgabe, die Menschen zu Gott zu rufen. Die Menschen zur Religion aller Propheten zu rufen. Und Allah sagt im Koran, zu den Leuten des Buches, Juden und Christen. Ja, Ahle al-Kitab, kada jaakum rasuluna, yubayyinu lekum kathiren, mimma kuntum tukfuna mil-Kitab. Unser Gesandter, oh ihr Leute des Buches, Christen, Juden, ist nun zu euch gekommen, um euch vieles von dem, was ihr verdeckt habt, aufzudecken. wa yaafu an kafiren, um vieles zu übergehen. kada jaakum min Allahi nurun wa kitab umubin. Von Allah ist nun ein Licht und ein deutliches Buch herabgekommen. yahdi bi Allahi min itab al-ridwan wa s-subal al-salam. Damit, mit diesem Buch, mit dem Koran, führt Allah die Menschen, die seinem Wohlgefallen fallen, auf die Wege des Heils. wa yukhriju hun min al-bulumati ila nuhu und führt sie von den Dunkeln ins Licht. wa yaadihim ila sirati mustaqin und führt sie zu einem geraden Weg. Das ist die Antwort. Das ist eine der Aufgaben des Propheten. Die Religion auf den richtigen Kern zurückzubringen. So, jetzt wissen wir, zwischen Islam und Christentum, alhamdulillah, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir sagen, wir glauben an einen Schöpfergott und so weiter. Aber um herauszufinden, was ist der wahre Weg? Müssen wir uns nicht auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, weil dann sind ja gerade die Unterschiede für uns sehr entscheidend. Jetzt fragt man sich, und deswegen möchte ich auf die Hauptunterschiede eingehen, jetzt fragt man sich, wie kommt es überhaupt zu den Unterschieden? Und das ist der erste Unterschied. Das ist der erste Unterschied. Wie kommt es zu den Unterschieden? Wir sagen, wie wir eben schon gesagt haben, in Suche 2, Vers 79, dass das Buch verändert wurde. Und dass der Koran gesandt wurde, Suche 4, Vers 48, Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, den Koran, als das zu bestätigen, was hiervon richtig ist, und wächter darüber, das heißt zu sagen, was ist nicht korrekt. Deswegen sagen wir, in der Bibel sind Dinge entstellt worden von den Heiligen Schriften. Jetzt wird jemand sagen, und natürlich von der christlichen Sicht her, von der klassischen christlichen Sicht her geht das nicht. Von der klassischen christlichen Sicht her ist das das Wort Gottes. Wenn ihr jetzt sagt, es ist verändert worden, dann gibt es natürlich heute sehr viele, die sagen, ja, ja, es ist verändert worden. Aber er muss sich darüber im Klaren sein, ja, was bedeutet das? Wenn er sagt, es ist verändert worden, wie kann Gott von dir verlangen, einem Buch zu folgen, wo du sagst, es ist verändert worden? Von Menschenhand, ungewollt. Wie kann das Gott von dir verlangen? Stell dir vor, und dann hat man oft, dann sagt jemand, wir haben es auch auf unserer Seite gehabt, mit dem Herrn Schröder, er sagt, ja, sind Sachen verändert worden, sind Fehler reinkommen, kommen Widersprüche rein, aber die sind ja nicht wesentlich. Die sind nicht wesentlich? Woher willst du wissen, dass die wesentlichen Sachen nicht verändert wurden? Und außerdem werden wir gleich zeigen, dass auch in den wesentlichen Unterschied einige Sachen reingekommen sind. Das heißt, und jetzt muss sich jeder darüber fragen, ja, wenn wir solche Punkte finden, muss man dieser Religion folgen? Und man muss vielleicht als allererst mal wissen, was ist Christentum überhaupt? In der Nussschale zusammengefasst. In der Nussschale zusammengefasst und viele Christen werden gleich sagen, hey, der hat ja keine Ahnung hier, was labert der da, ne? Das ist gar nicht so, Trinität, Erbsünde und so, das gibt es ja gar nicht, ja? Ich habe mich extra bewaffnet, ja? Kleiner Katechismus, das heißt, falls jemand sagt, die Kirche sagt das nicht, ja? Und hier habe ich auch noch reformierte Kirche, katholische Kirche, äh, lutherische Kirche, ja, die ganzen Wörter, also wo die ganze Akkida, die Glaubenslehre, definiert wird, ja? Das heißt, weil ich, ich kenne es schon, wenn ich sage, je Christen glauben daran, dass Jesus Gott ist, dann kommen dann immer welche, hör mal zu. Ich habe die Konfirmierung mit, ich habe die, ich habe, ähm, die Führung mitgemacht. Ich war auf einer christlichen Schule gewesen, Jesus ist nicht Gott. Das ist totaler Quatsch, das ist eine Lüge, was du erzählst. Bitteschön, wir haben die Bücher hier, bei Diskussionen, sind wir gerne bereit, nach dem Vortrag. Auf jeden Fall, im Christenum ist es so, dass man daran glaubt, dass der erste Mensch Adam eine Sünde begangen hat, ich werde das gleich noch illustrieren. Der erste Mensch Adam hat eine Sünde begangen und dadurch kam die große Trennung von Gott. Im Prinzip kam die Erbsünde, Römerbrief 5, Apostel Paulus, 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 ja, wir haben eben schon gesagt, Paulus hat alles verändert, Apostel Paulus schreibt in der Bibel nicht, Jesus sagt, Römerbrief 5, durch die Sünde von einem einzigen Menschen wurden alle Menschen schuldig gesprochen. Das heißt, Adam hat die Sünde begangen, das ist der Vers für die Erbsünde. Diese Sünde vererbt sich weiter. Nee, nee, das ist gar nicht so, kommen wir gleich zu. Dann, durch die gute Tat eines einzelnen Menschen, das heißt, dass Jesus kommt und stirbt für die Sünde der Menschen, werden alle gerecht gestorben, die was machen? Römerbrief 6, die sich auf den Tod von ihm taufen lassen und an glauben, die den Opfer Tod von ihm annehmen. Und wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Warum? Weil für das Opfer, für die Sünden aller Menschen kann nur das perfekte Opfer gelten und das kann nur Gott selber sein. Ja? Verstanden? Nee? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, Adam hat eine Sünde gemacht, die Sünde wurden dann alle Menschen weiter vererbt, beziehungsweise die Fähigkeit, Sünden zu machen. Du kannst nur losgesprochen werden von deinen Sünden, wenn du daran glaubst, dass Gott dann, tausende Jahre später, nach Adam, selber gekommen ist, im Fleisch, das Wort wurde Fleisch, ja? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch, ja? Ist zum Fleisch geworden, ist als sein Sohn Jesus auf die Welt gekommen und hat sich für die Sünden der Menschen geopfert. Ich illustriere das, weil du hast es bestimmt immer noch nicht verstanden. Ich kann es gut verstehen. Beispiel, ja, du hast, du hast vor dir zehn Mörder, ja? Zehn Mörder, ja? Wir geben jetzt ein Gleichnis und Gott ist der Richter. Jetzt sagt Gott, okay, ihr Mörder, ihr habt alle den Tod verdient. Der hat einen Mord begangen, ihr habt alle den Tod verdient, aber ich liebe euch. Weil die sagen, Gott hat aus Liebe die Menschen dann so geschickt. Und deswegen, eure Schuld übernimmt jemand anders und dann kommt der Sohn, aber der Sohn ist Gott selber und der Sohn stoppt dann für die Sünden der Mörder. Ja? Das heißt, der übernimmt die Schuld. Verstanden jetzt? Hamdunla. So, das heißt, und dann bringe ich noch ein anderes Beispiel, dass man das richtig versteht, ja? Und das habe ich nicht ich gebracht, das haben christliche Missionare in einem Buch gemacht, ein islamischer Name, so und so, findet Jesus und dann haben sie dieses Beispiel gebracht. Deswegen stehen hier Beispiele. Die haben gesagt, stell dir vor, da ist ein König und der König, dem wurde etwas aus dem Schloss geklaut. Und dann sagt der König, wer das geklaut hat, der kriegt 100 Peitschenliebe. Und dann stellt sich nachher heraus, dass derjenige, der das geklaut hat, der Dieb seine eigene Mutter gewesen ist. Und dann sagt der König, ich liebe meine Mutter, aber die Strafe muss durchgezogen werden und dann lässt er sich selber auspeitschen. Das ist das, was christliche Missionare als logisches Beispiel gebracht haben. Logisches Beispiel. Erstmal, wenn das Gerechtigkeit sein soll, dass jemand anders bestraft wird, das ist absolute Ungerechtigkeit. Für jeden Menschen, der auch nur ehrlich zu sich selber ist. Zweite Sache ist, dann fragen wir, okay, die Strafe von dem König war jetzt, weil die sagen, Gott muss ja gerecht sein, der kann die Sünde nicht einfach so vergeben. Die Strafe muss durchgeführt werden. Wir sagen, die Sünde, die schadet Gott gar nicht, Gott kann die Sünde so vergeben. Weil Gott bestraft aus Gerechtigkeit, aber vergibt aus Barmherzigkeit. Okay, jetzt, der Islam sagt, wir sagen, dass diese Unterschiede nur dadurch zustande kommen oder dadurch aufgetreten sind, dass Menschen diese Botschaft entstellt haben, die originale Botschaft und dass die originale, unentstellte Botschaft vom Prophet Mohammed wiedergekommen ist. zurückgekommen ist. Mit dem Kern der Botschaft, diene Gott alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Bete den Schöpfer an unter Ausschluss der Schöpfung. Das ist der Kern der Botschaft. Nun, haben wir gesagt, die fünf großen Unterschiede zwischen Islam und Christentum und wir haben gesagt, was ist, wenn wir in jedem Punkt davon einen Widerspruch in der Bibel finden. In jedem Punkt. In jedem Punkt, den der christliche Glaube vertritt, wenn wir da in jedem Punkt, wo der christliche Glaube, in den großen Punkten, wo der christliche Glaube, dem islamischen Glauben widerspricht, dass wir dort auch einen Widerspruch in der Bibel finden. Wäre das nicht ein Zeichen dafür, dass hier wirklich etwas verändert ist? Als allererstes, was wir sagen, der erste Punkt ist, die Autorität der Bibel. Für einen klassischen Christen ist die Bibel die Autorität, das Wort Gottes unentstellte. Und das ist, Es werden einige Beweise dafür herangebracht. Wir sagen, ist die Bibel wirklich ein Buch, auf das man sich 100% verlassen kann? Das heißt, Satz für Satz. Wir glauben, dass in diesem Buch viele Weisheiten drinstehen. Wir achten dieses Buch. Wir lesen dieses Buch nicht auf der Toilette, weil wir dieses Buch respektieren. Wir legen dieses Buch nicht auf den Boden. Aber wir fragen, weil wir wissen, dass hier Dinge drin sind, die von Gott gekommen sind. auch wenn es natürlich jetzt übersetzt ist. Aber wir haben Respekt vor diesem Buch. Für das, was Gott, von der Wahrheit, die von Gott enthalten ist. Aber wir sagen ganz deutlich, dass der Koran gekommen ist. Und das ist unser fester Glaube. Unsere feste Überzeugung, die Wahrheit. Suche 4, Vers 48. Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, als ein Bestätiger für das, was vor dir herabgesandt wurde vom Buch, von der Wahrheit. Und muhaimin alay, als ein Wächter darüber, was ist richtig, was ist falsch. Jetzt schauen wir, ist es wirklich so, dass Dinge darin verändert wurden? Ist es wirklich so? Natürlich vom christlichen, klassischen Christenstand aus natürlich nicht, ist undenkbar. Wenn jemand sagt, ja die Botschaft ist entstellt worden, dann muss er sagen, ja woran glauben wir denn jetzt? Weil dann können auch gerade die Dinge, die für die Botschaft wichtig sind, entstellt worden sein. Dann schauen wir uns beispielsweise die Bibel an. Und wir wissen, wenn Gott der Autor der Bibel ist, dann schauen wir uns mal an, was da drin steht. In 1. Genesis steht, Genesis 1, dort steht, dass Gott die Welt erschaffen hat in 7 Tagen. Beziehungsweise in 6 Tagen, am 7. Tag ruhte er von seinen Mühen und dann steht, am 1. Tag er schaffte Tag und Nacht. Es wurde Morgen und Abend der 1. Tag. Es war am 1. Tag. Jetzt wurde am 3. Tag die Erde geschaffen und am 4. Tag die Sonne. Wie kann es sein, dass am 1. Tag Tag und Nacht wird und es ist noch gar keine Sonne und gar keine Erde da? Wie ist das möglich? Dann, wir bringen nur einige Beispiele, man kann hunderte Beispiele bringen und trotz alledem, trotz alledem respektieren wir die Wahrheit, die da drin steht. Wir machen es nicht lustig darüber, trotz alledem respektieren wir das und dann sagt er, die Pflanzen wurden am 3. Tag erschaffen und die Sonne am 4. Wie können Pflanzen wachsen ohne Sonnenstrahlen? Dann gucken wir weiter in Genesis 2, das ist dann das nächste Kapitel, was kommt, ein ganz anderer Schöpfungsbericht und in diesem Schöpfungsbericht steht, dass die Tiere nach den Menschen erschaffen wurden, aber im ersten Schöpfungsbericht steht genau andersrum, dass die Menschen nach den Tieren erschaffen wurden. Das heißt, wir finden Dinge, die absolut nicht von Gott sein können. Ganz deutlich. Dann geht es weiter. Wir haben Esra 2 und Nehemiah 7. Esra 2 und Nehemiah 7 beschreiben den Auszug der Kinder Israels, der Juden würde man sagen, um es richtig zu verstehen, aus Babylonien. Und dann werden diese ganzen Stämme aufgezählt, die ganzen Stämme werden aufgezählt und dann wird immer die Anzahl der Personen genannt. Wenn man sich das anguckt, dann findet man zwischen Esra 2 und Nehemiah 7 insgesamt 18 Widersprüche. 18 Widersprüche insgesamt und wenn man die Zahlen zusammenzählt, dann findet man, dass in beiden eine andere Summe rauskommt. Natürlich, wer kommt schon auf die Idee, das zusammenzunehmen, aber es zeigt ganz deutlich, dass Gott nicht der Autor dieser Dinge sein kann. Dann weiter. In Markus 1 12 bis 13 da steht, dass Jesus getauft wurde und dass er danach 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Die selbe Geschichte in Johannes 2 1 bis 11, dort steht, dass er danach erst mal auf eine Hochzeit gegangen ist. Eine Hochzeit in Kanaan. Das heißt, welches richtig? Ist er in die Wüste gegangen für 40 Tage oder ist er direkt auf diese Hochzeit gegangen? Unmöglich zu vereinbaren. Dann, in Matthäus 17, 11 bis 13 steht, dass Johannes der Täufer, Jahja, der wiedergeborene Elias ist. Aber wir lesen in Johannes 1, 19 bis 21, dieselbe Bibel, lesen wir, dass Jahja, der Prophet Gottes, Johannes der Täufer, gefragt wird, bist du der Christus, der Messias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Dann wird er gefragt, bist du der wiedergeborene Elias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Aha, widerspricht er Jesus oder weiß Elias nicht, warum er gekommen ist? Und dann wird er gefragt, bist du der Prophet? Wir stellen zwei Fragen. Wie kommt es, dass Johannes der Täufer Jesus widerspricht? Hat er gelogen? Natürlich nicht, er ist ein Prophet. Johannes der Täufer ist ein Prophet. Oder ist das ein Widerspruch? Und dann die zweite Frage, wer ist der Prophet, nach dem gefragt wird? Wer kann dieser Prophet sein, nach dem Messias, außer der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wassallam? Bei solchen Dingen muss man präzise sein und aufmerksam sein. Dann, nächster Punkt. In Matthäus 2, 13 bis 23 steht, dass Jesus nach seiner Geburt nach Ägypten geflohen ist. Und erst nach dem Tod von Herodes wiedergekommen ist. In Lukas 2, Vers 4 steht, aber dass er nach acht Tagen beschnitten wurde und dann nach Jerusalem gebracht worden ist. Was ist richtig? Ägypten oder Jerusalem? Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und das, was wir sehen in der Bibel, bestätigt das, was der Koran sagt, dass dort Fehler hineingekommen sind. Und das zeigt uns, dass die Aussage des Korans richtig ist. Jetzt fragen wir, was sagt die Bibel über sich selber? Die Bibel ist das, was das Wort Gottes bringt. Was das Gesetz Gottes bringen soll, die Gesetze Gottes. Wir lesen in Jeremia 8, Vers 8 lesen wir, dass dort steht, wie könnt ihr sagen, das Gesetz Gottes ist bei euch und die Weisheit. Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Steht in der Bibel. Der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Was sagt der Koran? Suche 2, Vers 79. Und dann sagen sie, das ist von Allah. Und erkaufen damit einen geringen Preis. Den weltlichen Preis. Das heißt, die erste Sache, der erste große Unterschied zwischen Islam und Christentum, die Autorität der Bibel, zeigt ganz eindeutig, dass das, was der Koran sagt, die Wahrheit ist. Und das, was Christentum sagt, in diesem Fall. Ich lese noch etwas anderes vor. Hier ist ein Professor, der amerikanische Gelehrte, Professor Dr. Stephen Emmel, schreibt, Wissenschaftler sagen schon lange, dass die Geschichte von Jesus wohl anders verlief. Was damals wirklich passierte, ist aber umstritten. Auch die Bibel-Evangelien sind wahrscheinlich nicht von Augenzeugen geschrieben worden. Höchst wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer Jesus war oder ob es ihn überhaupt gegeben hat. Wir sagen, wenn du wissen willst, wer Jesus war und was seine Botschaft war, dann geh zum Koran. Dann geh zum Koran. Denn das ist die unveränderte, originale Botschaft von Jesus. Wie ein Prophet von allem. Wie ein Prophet, wie die anderen Propheten, die Allah gesandt hat, kam der Prophet A.S. Von der Jungfrau Maria geboren. Mit einem heiligen Buch. Mit Wundern. Tote lebendig gemacht. Aus totem Material lebendig gemacht. Kranke geheilt. Und den Allmächtigen Gott angebetet. Und deswegen müssen wir Aeser, den Christus, den Messias zu unserem Vorbild machen. Und er war ein Diener des Allmächtigen Gottes. Und deswegen müssen wir auch Diener des Allmächtigen Gottes sein. Und das ist die korrekte Botschaft. Und der Allmächtige Gott hat es nicht zugelassen, dass dieser Mensch gekreuzigt wird von seinen Feinden. Denn der, der am Kreuze stirbt, der am Holze hängt, ist verflucht, steht im Alten Testament. Die seine Geschichte, die Leute erfunden haben, damit man nicht an ihn glaubt. Damit man sagt, ha, der ist verflucht, damit keiner an ihn glaubt. Der ist verflucht. Am Kreuz gestorben. Dann, schauen wir uns die Bibel nochmal an, ob sie von Gott geschrieben, Gott ist. Wenn jetzt beispielsweise jemand eine Offenbarung kriegen würde, wir wissen, der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet. Aber was wird man sagen? Man wird sagen, dies habe ich von Gott bekommen. Von Gott offenbart bekommen, oder? Oder sage ich, ja, ich habe selber nachgegangen, habe die Sache erprobt, ob das alles richtig ist und dann habe ich das mal so aufgeschrieben. Nein, weil es ist ja wichtig, weil aufschreiben und nachgehen und erforschen kann jeder. Kann ich, kannst du, kann Müller, Meier, Schwitz. Aber von Gott eine Offenbarung kriegen, kann nicht jeder. So jetzt, die Evangelisten sollen angeblich von Gott inspiriert gewesen sein. Ja, das Wort Gottes. Jetzt lesen wir mal in der Bibel Lukas 1 und da soll jeder fragen und jeder Christ soll sich ehrlich fragen, ob dies das Wort Gottes ist. Im Koran fängt es an, Elif lahmim, dies ist das Wort des Allmärchen Gottes. Elif lahmim, dies ist das Wort des Allmärchen Gottes. Vor erhab gesandt vom Allerbarmach. Jetzt gucken wir mal, wie es hier anfängt. Hier steht, Lukas schreibt, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Ist das das Wort Gottes? Schon viele haben es unternommen, lieber Theophilus, dann habe auch ich mir vorgenommen, alles der Reihe nach aufzuschreiben. Er erwähnt ja an keiner Stelle, dass er von Gott inspiriert ist. Geschweige denn, dass er sagt, das Wort Gottes ist. So er sagt, es haben schon viele unternommen. Man würde sagen, nur wenige haben eine Offenbarung von Gott bekommen. Nur wenige waren von Gott inspiriert gewesen. Nicht schon viele haben es unternommen und habe auch ich mich entschieden. Bitte jeder, der hier ist, jeder Christ, der hier ist, jeder Muslim, der hier ist, soll darüber nachdenken mit offenem Herzen. Ist dies das Wort Gottes? Ist dies das Wort Gottes? Und vor allen Dingen, wann wurden diese Evangelien zusammengestellt? Wann wurden die Bücher des Neuen Testamentes, 27 Stück an der Zahl, wann wurden sie kanonisiert? 361 nach Christus. 361 nach Christus, subhanallah. Und selbst die Bibelgelehrten wissen nicht, wer sind die Schreiber? Wenn ich dir einen Check geben würde, außer die Vornamen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wenn ich dir einen Check geben würde und schreibe meinen Vornamen drauf, würdest du den akzeptieren? Wird es damit zur Bank gehen? Und würdest du damit Geld abhehlen können? Wer Matthäus? Wer Markus? Wer Lukas? Die eigenen christlichen Gelehrten sind darüber im Zweifel, wer sind diese Personen? Ich kann es dir zeigen. Wenn ich dir einen Check gebe, würdest du das akzeptieren? Wo in der Geschichte der Menschheit wird ein Vorname als ein authentisches Dokument gewertet? Wo? Nirgendwo. Nur in der Bibel. Hier, Matthäus. Die Überschrift des Ersten, das sind jetzt was christliche Gelehrte sagen, die Überschrift des ersten Evangeliums nennt einen Matthäus als Verfasser und will wohl auf den Zöllner von Kafernaum verweisen. Will wohl. War er auch ein Zeuge? Nein. Dann. Nächster. Lukas. Dann. Lukas, hier. Lukas legt seinem Evangelium den dreistufigen Aufriss des Markus-Evangeliums zugrunde. Dann. Markus-Evangelium. Ja. Und dann steht natürlich Lukas war ein Bekannter von wem? Paulus. Von Paulus. Dann hier. Hier. Evangelium von Markus. Der Anhang, er schreibt jetzt hier, der Anhang 16,9 von dem Evangelium, also das Evangelium hat einen Anhang, wurde erst im zweiten Jahrhundert von unbekannter Hand angefügt. Ich wollte gerade lesen, angelügt. Deswegen habe ich das gerade geguckt. Angefügt. Vermutlich, weil der jene Schluss 16,8 nicht befriedigte. Hier. Steht drin. Einheitsübersetzung. Wurde vermutlich angefügt von unbekannter Hand, weil der Schluss nicht befriedigte. Na, frage dich. Ich frage dich. Das ist unser Punkt. Darüber sollte man nachdenken. Der nächste Punkt. Zu wem wurde Jesus gesandt? Der Koran sagt, er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt. Der Prophet Mohammed sagt, er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt. Christen sagen, er wurde zu allen Menschen gesandt. Schauen wir, was die Bibel sagt. In der Bibel steht, Matthäus 15, Vers 24, Matthäus 15, Vers 24, dass eine Frau zu ihm kommt, sie will geheimt werden, sie ist nicht von den Kindern Israels. Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, dieser Punkt, der zweite Punkt, der die Bibel bestätigt, ganz deutlich den Koran. Ganz deutlich. Jetzt sagt natürlich ein Christ, ja, warte mal. Aber an anderer Stelle sagt er, geht zu allen Nationen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohns, des Heiligen Geistes. Was sagen wir dazu? Widerspruch. Entweder Widerspruch oder Jesus hat gelügt, a'udhu billah, Jesus hat gelogen, a'udhu billah, oder mit den geht zu allen Nationen sind die Nationen vom Hause Israel gemeint. Und das ist die islamische Position. Entweder gelogen oder Widerspruch oder zu den verlorenen Schaffens Haus Israels geht zu allen Nationen. Weil vielen, die man das erzählt, du erzählst ihn hier, bitte, Matthäus 15, Vers 24, ich bin nur zum verlorenen Schaffens Haus Israel, dann sagt er zu dir, ja, ja, das darfst du so nicht sehen, du musst die ganze Bibel nehmen. An anderer Stelle sagt er, ja, guck mal hier, geh zu allen Nationen. Nicht, ich muss die ganze Bibel nehmen, du musst die ganze Bibel nehmen. Dann erklär mir das doch mal. Ja, was soll man jetzt sagen? Ja, er wollte damit sagen, dass er eigentlich, nein, du findest keinen Ausweg daraus. Widerspruch, ich bin nur gesandt zum verlorenen Schaffens Israel oder zu allen Menschen. Nur, er hat nicht gesagt, wenn er noch gesagt hätte, ich bin gesandt zum verlorenen Schaffens Haus Israel, könnte man sagen, okay, das schließt nicht aus, dass er nicht noch zu anderen gesandt wurde. Ich bin nur, N-U-R, nur gesandt zum verlorenen Schaffens Haus Israel. Andere Erklärung? Alhamdulillah. Das heißt, zweiter Punkt, erster Punkt, Bibel nicht authentisch, Islam wird von Bibel bestätigt. Jeremia 8, Vers 8, von den Dingen, die wir finden. Zweiter Punkt, zu wem ist er gesandt worden? Koran, Islam sagt, nur zu verlorenen Schaffens Israel, Haus Israel, Bibel bestätigt. Nächster Punkt, Erbsünde. Wir haben gesagt, durch die Sünde von Adam, durch die Sünde von Adam, wurde diese Sünde weiter vererbt. Diese Erbkrankheit haben das Erbsünde, dann alle Menschen. Vielen habe ich das erzählt, da sagen sie, der lügt, der erzählt Quatsch über das Christentum, ja sowas darf. Okay, welcher Christ bist du? Welche Gruppe? Ich habe heute alles mitgebracht, hier. Römisch-Katholisch, griechisch-katholisch, lutherisch, performierte Kirche. Tut mir leid, wenn du noch zu einer anderen Gruppe gehörst, ja? Ich kann natürlich nicht alle einzelnen Gruppen im Christentum abhaken, aber mir geht es nicht darum, was lehrt die Bibel, sondern was lehrt die Kirche, weil ich sage nicht, dass die Kirche das lehrt, was Gott offenbart hat. Als allererstes, die Erbsünde geht auf einen klaren Vers zurück, von wem? Paulus. Römer, Bede 5, durch die Sünde von einem Menschen wurden alle Menschen zu Sündern und durch die gute Tat von einem Menschen werden alle Menschen, die an Glauben, recht gesprochen. Paulus. Okay? Dann gucken wir jetzt mal, was sagt denn die Bibel? Was sagen die, was ist die Definition, ja? Weil ich habe gesagt, diese Sünde, ein kleines Kind wird im Christentum mit einer Sünde geboren, als Sünder. Ja? Habe ich gesagt, ja? Im Islam, was sagt der Islam, was sagt der Koran? Le-Taziru-Wa-Ziratun-Wizra-Ukhram. Keine Last, Trang Seele, Triki-Laserana. Wenn er einer Christ ist, muss er sich fragen, kann er sich mit der Erbsünde identifizieren? Hm? Dass das Baby schuldig auf die Welt kommt? Deswegen findest du heute in katholischen Krankenhäusern noch die Nottaufe, falls das Kind zu früh kommt, schnell taufen, ansonsten geht es in die Hölle. Synode von Katago, Synode von Katago, 405, dass Kinder, die nicht getauft sterben, in die Hölle gehen? Weil klar, du glaubst, dass jeder Mensch mit der Sünde geboren wird und der einzige Rettung ist, dass du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass du diesen Tod annimmst. Aber wie will denn jemand annehmen, der im Dschungel lebt oder in der Antarktis oder der vor Jesus gelebt hat? Gibt es verschiedene Erklärungen. Verschiedene Erklärungen gibt es. Als allererstes die islamische Erklärung. Jemand, der beispielsweise im Dschungel lebt, hat ihr was von Mohammed gehört? Der Prophet sagt ganz eindeutig, wer von mir hört und dann nicht in den Glauben, in dem besteht, womit ich bekommen bin, egal ob Jude oder Christ, wird in die Hölle gehen. Wer von mir hört, im Koran, wenn ich im Gesandten entgegensetzen, wer sich im Gesandten entgegensetzen, nachdem in die Rechtsstaatung klar geworden ist, klar geworden ist, der, danach, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat und in der Hölle schmoren lassen. Viele Versen. Und, wenn jemand vorher gelebt hat, hat anderen Propheten gefolgt, Islam hat die Wahl für ihn, er hat den Propheten von vorher gefolgt, auf welcher Vers spricht er auf ihn zu? Suche 2, Vers 20, in der Lerwina Amenu, die, die glauben, jetzt die Muslime, wo Lerwina Hadouk, die die Juden gewesen sind, mit Moses waren, wo Nasara, die Christen, die mit Jesus waren, die der richtigen Botschaft gefolgt sind, wo Salveine, anderen Propheten gefolgt sind, beispielsweise, Salveine, muss auch einer gewesen sein, die werden keine Angst und gute Werke getan haben, die werden keine Angst haben und ihren Lohn bei ihrem Herrn haben. Das heißt, die, die einem gefolgt sind, was ist mit jemandem, der nie etwas gehört hat? Er kann seiner Fitra folgen und Allah lässt uns ins Paradies. Weil Muslim ist jemand, der sich Gott ergibt. Aber wenn er Gott von gehört hat, du musst dem Propheten folgen, dann hat er sich Gott nicht ergeben. Und dann ist er verloren. Das heißt, Islam hat für jeden eine Lösung. Was ist mit jemandem, mit kleinen Kindern, von Christen? Es gibt Hadithe vom Propheten wo er Abraham im Paradies sieht und da sind auch die Kinder von dem Muschikum bei. Und derjenige, der keine Botschaft bekommen hat, kann am jüngsten Tag noch eine Probe bekommen. Halleluja. Das heißt, der Islam gibt dir für jedes Szenario eine Lösung. Jetzt kommen wir zum Christentum. Du sagst, durch die Sünde eines einzelnen Menschen sind alle zu Sündern geworden. Und wer eine einzige Sünde hat, Gott ist heilig, du kannst nicht zu ihm gelangen. Okay? Okay. Fragen wir. Was ist mit dem Baby? Was? Ist mit der Erbsünde geboren? Hat den Opfertod nicht angenommen? Ja, Gott ist barmherzig. Hey, 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 hey. Wenn du jetzt sagst, Gott ist barmherzig, gibt es keine Erbsünde. Und dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig gewesen. Dann ist deine Botschaft kaputt. Dann sagst du, okay, nee, der geht doch in die Hölle. Ich will mich hinsetzen. Ja, ja. Gib mir mal einen Stuhl. Okay. Ich will nur einen Stuhl haben. Ja, ich will. Ich stehe sowieso gleich wieder auf, aber ich will mich hinsetzen. Der ist groß, ne? Ich stehe nachher, ich sitze auf der Theke. Was ist? Ja, super. Hallo. Da bin ich wieder. Ja? Wir sind da stehen. Entweder er sagt, er kann ins Paradies kommen, dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig, dass es Christen nur widerlegt. Oder er sagt, der geht in die Hölle, dann sagen wir, Christen, das ist keine universelle Weltreligion. Hört, der Vogel, was der erzählt, stimmt doch gar nicht. Okay, okay, kein Problem. Römisch-katholische Kirche. Normen und Beschlüsse des Konzils Subtrient. Seite 24. Libri Symbolici Ecclesiae Romanu Katholice. Habe ich bestimmt schlecht ausgesprochen, aber egal. Wenn jemand behauptet, dass Adams Übertretung diesem alleine und nicht seiner Nachkommenschaft geschadet hat und dass er, Adam, die vom Gott empfangen Heiligkeit und Gerechtigkeit, die er verlor, für seine Person allein und nicht auch für uns verloren hat, oder dass jene Adam durch die Sünde des Ungehorsams befleckt, lediglich den Tod und die Strafen des Körpers auf das ganze Menschen schlecht übertragen habe, nicht aber auch die Sünde, nicht aber auch die Sünde übertragen hat, die er getan hat, nicht nur den Tod, sondern auch die Sünde, ja, die der Tod der Seele ist, sei er verflucht. Sei er verflucht. Bitte schön. Römisch-katholisch? Sind Sie römisch-katholisch? Überlegen Sie, ob Sie sich damit identifizieren können. Wenn nicht, vielleicht können Sie sich eher damit identifizieren, dass der Islam sagt, dass der Mensch ohne Sünde geboren wird. Griechisch-katholische Kirche. Diese Erbsünde, das ist Petrus Mogilas, Paragraf 3, Antwort 20, so, diese Erbsünde ist von Adam auf die ganze menschliche Natur übergegangen, weil damals alle in Adam waren und so durch den einen Adam die Sünde auf uns alle kamen. Diese Erbsünde kann durch keine Sinnesänderung hinweggenommen werden. Das heißt, diese Sünde kannst du nicht durch Toba wegnehmen, das heißt, ich ändere meine Sinne. Lutherische Kirche, ja, Protestanten, wenn Sie Lutherische Kirchen sind, ebenso lehren Sie, die Kirchen, dass nach Adams Fall alle Menschen mit der Sünde geboren werden. Lutherische Kirche, ja. Weiter, reformierte Kirche. Wir glauben auch, dass dieses Übel in Wahrheit Sünde ist, die hinreicht, das ganze menschliche Geschlecht zu verdammen, und jetzt gut aufgepasst, bis zu den kleinen Kindern im Mutterleib, bis zu den kleinen Kindern im Mutterleib, gallikanisches Bekenntnis, Seite 224. Jetzt, wo kommt das her? Erbsünde. Hm? Was sagen die Juden dazu? Die Juden sagen dazu, all das ist ganz der Ansicht des Judentums entgegensetzt. Diese bestreiten nicht, dass der Mensch eine gewisse Nachung zur Sünde sozusagen mitbiegt und sich später mit Sünde belastet. Dann, was denken wir, wo die Sache herkommt von der Erbsünde? Gucken wir mal, weil meine Meinung kennt man mittlerweile vielleicht schon, gucken wir mal, was Seligmann Pink sagt, ein jüdischer Gelehrter. Der Widerspruch des Judentums setzt erst mit dem Gegensatz gegen das Judentum ein, der in der neuen und dann entscheidenden Phasen des Christentums in der in der paulinischen Theologie und Mission eintritt. Das heißt, wer? Paulus. Paulus. So. Dann haben wir hier nochmal kurz hier, kleiner katholischer Katechismus, ja, Seite 19, die Sünde Adams und ihre schlimmen Folgen haben alle Menschen geerbt. So. Was sagt der Koran? Nein. Was sagt die Logik? Nein. Was sagt die Bibel? Apollos sagt, ja, weil Paulus ist ja auch in der Bibel. Ich weiß nicht, wie er reingekommen ist, aber ist auch da drin. Aber die Bibel sagt in Hesekiel 18, Vers 21, nein, jeder stört nur für seine eigene Schuld, jeder wird nur für das belangen, was er getan hat. Das heißt, wir sehen wieder, die Bibel widerspricht sich in diesem Punkt und wer hat den Widerspruch gebracht? Paulus. Weiter im Text, das war die Erbsünde und jemand, der Katholik ist, soll sich fragen, womit kann er sich eher identifizieren? Mit der Erbsünde oder mit dem Glauben des Islam? Nächster Punkt, wer ist Jesus? Wir haben gesagt, Jesus ist laut Christentum Gott und Sohn Gottes gleichzeitig. Nein, das stimmt doch gar nicht, er ist nur der Sohn Gottes. Moment, katholischer Katechismus, der Vogel hat keine Ahnung, der erzählt uns hier einen vom Weihnachtsmann. Hier steht es, Seite 13, wie viele Personen, wie viele Personen sind in Gott? Wie viele Personen sind in Gott, das könnte man auch formulieren, wie viele göttliche Personen gibt es? Ist nur anders formuliert, hört sich das besser an, weil sonst würde sich das auch Polithismus anhören. Hier, im Gott sind drei Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, jede der drei Personen ist wahrer Gott. Die drei göttliche Personen sind aber nur ein Gott. Habt ihr das verstanden? Jeder, dieser drei göttliche Personen ist wahrer Gott, aber alle zusammen sind nur ein Gott. Eins plus eins plus eins sind eins. Was ist denn jetzt, wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus Gott ist? Seite 21, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Das sind nicht meine Worte. Kleiner Katechismus der Katholiken. Dann gucken wir weiter. Das brauche ich eigentlich nicht mehr zu bringen. Ich meine, es war ja hier schon klar, wie Klosbrüder an die Trinität geglaubt wurden. Und das auch von allen Kirchen. Protestanten wie Katholiken. Okay. Was sagt der Koran dazu? Was sagt der Koran dazu, wenn jemand sagt, Jesus ist Gott? Schauen wir uns an, was Allah in Surah 19 sagt. Jesus kam mit seiner Mutter auf dem Arm. Und er war ein Baby, gerade geboren. Und die Mutter sollte nichts sagen. Und sie kamen dorthin und die haben gesagt, wie kommt es, dass du ein Kind hast? Wie kommt es, dass du ein Kind hast? Dein Vater war kein schlechter Mann. Und deine Mutter, das war keine Prostituierte gewesen. Wo hast du das Kind? Du bist doch gar nicht verheiratet. Und sie zeigt auf das Kind. Was sagen die? Die sagen, wie sollen wir mit jemandem sprechen, der in der Liege als Säugling liegt? Und dann was passiert? Und dann fing Jesus an zu sprechen. Als Baby. Und dann ist er. 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 Und dann sagt er. Und dann ist er. besser? In der Bibel oder im Koran? Auf einmal fängt das Baby an zu sagen, ich bin ein Gesandter Gottes. Er hat mir das Buch gegeben und hat mich zu einem Propheten gemacht und hat mich segensreich gemacht, wo immer ich bin. Und hat mir das Gebet angefahren und dieser Kerl, deswegen betet er auch, dieser Kerl, spendet. Und Friede ist auch bei dem Tag, wo ich geboren wurde, an dem Tag, wo ich sterbe und an dem Tag, wo ich wieder auferweckt werde. Und gütig zu meiner Mutter. Gütig zu seiner Mutter. Was würdet ihr davon halten, wenn jemand sagt zu seiner Mutter, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Ist das gut? Meint ihr, das würde ein guter, gläubiger Mensch sagen, sowas? Würde das ein guter, gläubiger Mensch sagen? Würde das ein Prophet sagen? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Bibel. Johannes 2, Vers 4. Jesus soll zu seiner Mutter gesagt haben, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Kann man nachlesen. Johannes 2, Vers 4. Dann, wenn ich nicht, ist es besser, das von Islam oder von Christentum? Im Islam steht, gütig zu seiner Mutter, hier steht, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Jetzt weiter. Und dann geht es weiter und dann sagt er, spricht Allah, sagt er, sagt er, Allah, geziemtes Licht, sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sein er. Und dann sagt Jesus, ja, Allah ist mein Gott und euer Gott, so dient ihm. Das ist die Botschaft. Jetzt können wir die Botschaft kurz zusammenfassen, ja? Jesus sagt, er ist ein Diener Gottes. Guck mal, was in der Bibel steht. Matthäus 26, Vers 39, er ging zwei Schritte weiter, oder drei, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu sich selber? Oh Gott, lasse diesen Kelch an mir vorüber gehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wäre Jesus Gott gewesen, dann wäre dieses Gebet ja unsinnig gewesen, oder? Weil da wäre ja sein Wille gleichzeitig der Wille des Vaters gewesen, da hätte das Gebet keinen Sinn gehabt. Aber was zeigt das hier, dass Jesus ein Diener Gottes ist? Nächster Punkt, Prophet. Wir sagen, Jesus ist ein Prophet, ja? Guck mal, was die Bibel sagt, an den Stellen, die korrekt sind. Als die Menschen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das heißt, die Menschen haben ihn als Propheten gesehen. Dann, was sagt er selber über sich? Was sagt er selber über sich? Er wurde nicht angenommen in seine Heimat, auch dann sagt er, ein Prophet wird nie in seiner Heimat anerkannt. Das ist in Lukas 4, Vers 24. Das heißt, Bibel besteht die Prophet, Bibel besteht die Diener Gottes, alles, was wir bisher gesagt haben. Wir haben gesagt, Jesus hat zum Eingottglauben aufgerufen, ja? Normalerweise das größte Gebot im Christentum muss ja sein. Glaube dann, dass Jesus für seine Sünde gestorben ist. Er wird gefragt, was ist das größte Gebot? Was sagt er? Welches Gebot ist das erste von allen? Markus 12, Vers 28. Höro Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Er sagt, ich bin der einzige Gott, aber wir sind drei Personen, ja? Darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Geist und ganzer Kraft. Markus 12, 28 bis 30. Dann weiter. Matthäus 4, 9 bis 10. Jesus, der Teufel, kommt zu ihm und bringt ihn auf einen Berg, sodass Jesus alle Reiche der Erde sehen kann. Erstmal, das zeigt, dass der Schreiber der Bibel gedacht hat, die Erde wäre eine Scheibe, dass du auf einen Berg gehst und kannst dann alle Reiche der Welt sehen, ja? Und dann sagt er, wenn du vor mir niederfällst, der Teufel sagt zu Gott, wenn du vor mir niederfällst, gebe ich dir die ganze Welt. Dann sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, sollst du vor Gott alleine niederwerfen und ihm dienen. Das Parler wird wieder bestätigt, genau was der Koran sagt. Dann, Matthäus, das darfst du. Dann, Tauhid, dann Trinität. Was sagt der Koran zur Trinität, dass Jesus Gott ist? Suche 5, Vers 17, Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, der Messias, der Sohn der Maria, ist Gott. Dann, 5, Vers 73, was steht dort? Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist einer von dreien, das heißt Trinität. So, dann gucken wir mal in der Bibel, ob Jesus Gott ist. Wir haben schon so viele Beweise dagegen gefunden, der sagt Prophet, war Diener Gottes. Schauen wir mal nach. Ja, okay, gucken wir mal. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, oder? Okay. Das heißt, Gott will natürlich auch, dass wir ihn erkennen, oder? Will kein Geheimnis draus machen. Wenn es darum geht, ob ich ins Paradies und die Hölle gehe, dann macht Gott keinen Spaß. Ja, dass er sagt, ja, du kannst dich vielleicht nicht erkennen, ich habe mich versteckt. Und so, Markus 13, Vers 32 steht, es kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt Jesus? Ne, entschuldige mich, habe ich vertan. Suche 13, Vers 32, Markus 13, Vers 32. Es fragt ihn jemand, wann ist der jüngste Tag? Was sagt Jesus? Dann muss er sagen, ich weiß wann. Oder? Wenn er Gott ist? Wenn er es nicht weiß, ist er nicht Gott. Oder lügt er? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur der Vater, Gott. Hat er gelogen? Ah, nein, nein, das haben wir falsch verstanden. Das war gerade seine menschliche Seite. Deswegen hat er etwas von seiner Gönlichkeit abgegeben, deswegen gerade hat er seine menschliche Seite. seine menschliche Seite. Warum hat er nicht gesagt, ja, pass auf, glaub mir nicht, was ich dir erzähle. Ich weiß eigentlich schon, wann der jüngste Tag ist, aber im Moment spricht meine menschliche Seite. Spanala, was ist mit diesem Menschen? Dieser Mensch geht von ihm weg, sagt, ja, das ist nicht Gott. Der sagt nur, Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Ich dachte, das wäre offenbart worden, damit wir ins Paradies gehen. Nicht damit, wenn die Irre geleitet werden. Wenn du daran glauben musst, dass Jesus Gott ist und er sagt zu dir, stell dir vor, Jesus kommt runter, damit du weißt, dass er Gott ist und du fragst, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, weiß ich nicht, ich weiß nur Gott. Denkst du, der ist Gott? Okay, kein Problem. Dann, wo Jesus ganz deutlich vermeint, dass er Gott ist. Es fragt ihn jemand, guter Meister, das ist Markus 10, Vers 28 jetzt. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er laut Bibel? Was müsste er nochmal sagen? Ganz einfach. Du musst glauben, normalerweise, wenn du einen Missionar auf der Straße warst, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Das hat er, kein Problem, bezeuge, dass du ein Sünder bist, nehme Jesus als dein Opfer an, der ist der lebendige Gott, der auf die Welt gekommen ist. Frag einen draus, das würde jeder sagen. Wenn du zu dem Missionar sagen würdest, ja, was ist mit den 10 Geboten, würde er sagen, ja, ist auch wichtig, aber das ist Nebensache. Hauptsache, ja, du glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, weil die Gebote kannst du sowieso nicht einhalten, bist du zu schwach fühlen. Okay, kein Problem, kein Problem. Du gehst hin, zu dem Missionar, nochmal, wie komme ich ins Paradies? Er wird dir sagen, glaube daran, dass Gott als Mensch, Jesus, für dich auf die Welt gekommen ist und für dich zu sterben. Bekenne deine Sünden, nehme Jesus in dein Leben auf und du wirst gerettet. So, was müsste Jesus jetzt antworten? Das ist christlicher Glaube. Jesus muss antworten, guter Meister, du hast schon richtig verstanden, ich bin der gute Meister, ich bin Gott, ich bin auf die Welt gekommen, klare Worte, ja, und ich komme, um für deine Sünden zu sterben, deswegen, lass doch meinen Tod taufen oder nimm das an, dass ich dann auch vertot bin, oder? Klare Antwort, dieser Mensch will klare Antwort haben, Jesus ist der Beste, der ihm das sagen kann. Was sagt Jesus? Laut Bibel? Er sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Ist Jesus Gott? Wallahi, Wallahi, ist dieser Mensch Gott? Was nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. du bist bei der Arbeit? Dann kommt ein Freund zu dir, sagt, hey, Arbeitgeber, kannst du mir bitte freigeben? Ich brauche Urlaub. Dann sagst du, hey, hör mal, ich kann dir keinen freigeben, der Einzelste, der dir freigeben kann, ist der Arbeitgeber, ich bin nur Mitarbeiter. Bist du dann trotzdem der Schrift? Jeder Mensch, der ehrlich zu sich selber ist, wird sagen, dass die Bibel sich hier mindestens widerspricht, wenn wir sagen, dass Jesus Gott sein soll. Und wie gesagt, laut allen Kirchen, wenn ich glaube, dass Jesus Gott ist, außer einiger Sekten, ja, ist er raus. Ist er weg, verloren. So gut, weiter im Text. Dann Matthäus 21. Gott ist allwissend, oder? Jesus sieht angeblich einen Feigenbaum in der Ferne. Sieht einen Feigenbaum. Ja? Feigenbaum. Meine Knie. Sieht einen Feigenbaum in der Ferne. Und er hat Hunger. Hat Gott Hunger? Dann geht er zu dem Feigenbaum und dann sieht er an dem Feigenbaum es sind gar keine Feigen. Gott muss doch wissen, ob der Feigenbaum Feigen hat oder nicht. Und dann verflucht er den Baum und der Baum fällt auseinander. Das heißt, das erscheint uns, dass er wütend gewesen ist auf dem Baum, weil der Baum keine Feigen hatte. Und dann steht der Name, es war gar keine Saison vom Feigen gewesen. Subhanallah. Ich denke nicht, dass jemand auf die Idee kommt wird, zu sagen, dass derjenige, der so beschrieben wird, dass das Gott ist. Keiner. Keiner, der ehrlich zu sich selber ist. Wir haben jetzt gesandt die Autorität der Bibel, wir haben die Erbsünde, wir haben zu wem wurde er gesandt, wir haben das Wesen von ihm. Und in jedem Punkt muss man mindestens sagen, dass die Bibel Widersprüche bringt. Jetzt, Kreuztod. Kreuztod. Bringen wir mal den Kreuztod. Hier steht, ob es da auch Widersprüche gibt. Die Bibel, der Koran sagt ganz eindeutig, Und wegen ihrem Wort, wir haben den Jesus, den Sohn der Maria, den Messias getötet. Rasulullah, den Gesandten Allahs. Doch sie haben ihn nicht getötet, und sie haben ihn nicht gekreuzigt, es erschien ihnen nur so. Es erschien ihnen nur so. Und da gibt es verschiedene Geschichten, was passiert sein könnte, aber für uns ist es wichtig, er wurde nicht gekreuzigt. Und diejenigen, die darüber eine Meinung sind, haben wirklich Zweifel darüber. Und sie haben ihn nicht getötet. Sondern Allah hat ihn zu ihm aufgehoben, in den Himmel. Allah hat ihn zu ihm hochgeholt. Und subhanallah, wir haben heute ein Evangelium, was natürlich nicht in die Bibel aufgenommen wurde, von Barnabas, das genau das bestätigt. Eine Geschichte erzählt, die ist nicht von Muslimen. Erzählt, dass der Judas, der ihm verraten hat, dass er das Bild von, aber ihr wisst nicht, ob die Geschichte authentisch ist, sondern ich erzähle die Geschichte nur, dass es andere Meinungen darüber gibt. Dass dieser Judas, dass er das Bild bekommen hat von Jesus, dass er gekreuzigt wurde. Jetzt. Wie ist Judas denn gestorben? Genau zu diesem Judas. Und dann sagt das Barnabas-Evangelium, dass Jesus aufgezogen wurde in den Himmel, zu Gott. Jetzt kommen wir mal, wir sagen nicht, dass das Barnabas-Evangelium das originale Evangelium ist, wollte ich nur kurz gesagt haben. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal kurz, was mit Judas passiert. Wo das Barnabas-Evangelium diese Geschichte erzählt, die von der wörtlichen Bedeutung der dem Koran entsprechen würde. Was steht dort? Dort steht, dass Judas an einer Stelle, Matthäus 27 steht, Judas hat sich erhangen. Und an der anderen Stelle, Apostelgeschichten 1, Vers 18 steht, er ist hingefallen und seine Eingeweide fiel hinaus. Es sind zwei verschiedene Geschichten für genau diese Person, wo das Barnabas-Evangelium sagt, das ist derjenige, der gekreuzigt wurde. Wie ist er denn jetzt gestorben? Ja, der hat sich aufgegangen, ist er runtergefallen? Nee, 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 nee. Es steht in Matthäus 27, Vers 4 steht, er wollte das Geld, was er für den Verrat bekommen hat, in den Tempel zurückbringen. Und Apostelgeschichten 1, Vers 18 steht, und dann hat er das Geld weggenommen, und dann hat er das Geld weggeschmissen. Ja, in Apostelgeschichten 1, Vers 18 steht, er hat dieses Geld, hat sich ein Hacker davon gekauft. Das heißt, klarer Widerspruch. Kommen wir nicht über den Hund, kommen wir über den Stätz, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn du sagst, das ist kein Widerspruch, ist das andere Widerspruch. Und außerdem heißt das Wort im Griechischen, ja, dass man beim Erhängen gestorben ist. Und wenn der Hass brechen würde, dann natürlich in dem Moment, wo er zappelt, und nicht, wenn er schon tot ist. So, dann. Nächste Beispiel. Dann überhaupt die Logik dahinter. Wir haben schon gesagt, wenn wir sagen, Jesus übernimmt die Sünde, die Strafe für die Menschen, dann würde der Kreuz tot nicht reichen, sondern müsste für Ewigkeit in die Hölle gehen. Dann nächster Punkt, und jetzt müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, die Botschaft von Jesus soll ja gewesen sein, um zu kommen, um für die Menschen als Opfer zu sterben, ja? Das heißt, derjenige, der stirbt, der muss ja damit einverstanden sein, dass er stirbt, oder? Oder nicht? So, jetzt sehen wir Matthäus 26, Vers 39, er betet, und es steht, er hatte Angst gehabt, und Schweiß kam von seiner Stirn, und sagte, oh Gott, lass mich nicht sterben, lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Wofür? Der wollte doch sterben! Der wollte doch sterben! Jetzt ist das so, wie Gott hat die Mörder vor sich versammelt, wie ich eben schon erzählt habe, ja? Mörder, ich liebe euch! Mein Sohn muss für euch sterben! Dann kommt der Sohn, nein Gott, Vater, bitte nicht! Ich will nicht für Sie sterben! Aber kein Problem! Es ist schon von den Leuten, die diese Bibel zusammengefügt wurden, ist schon eine Erklärung dafür gekommen, nämlich das vierte Evangelium. Vierte Evangelium, ganz andere Geschichte. Jesus soll gefangen werden, er sagt nicht, er stellt keine Wachen auf und betet und hat Angst, sondern er kommt raus und sagt, da bin ich. Und dann geht es weiter, dort wo er gefangen wurde, bei Matthäus, er hat Angst, dann geht es weiter, dann ist er bei Pontius Pilatus, und Pontius Pilatus, bist du der König der Juden? Er sagt ja. Und stellt ihm alle möglichen Fragen, und er sagt nichts mehr. Fragst du jetzt einen christlichen Gelehrten, warum hat er nichts gesagt? Warum hat er sich nicht verteidigt? Warum hat er sich nicht rausgeredet? Wisst ihr, was sie sagen? Ja, natürlich. Er wollte doch für die Sünden der Menschen sterben. MashaAllah. Eben wollte er nicht sterben, jetzt will er wieder sterben. Und jetzt geht es weiter, Matthäus 27, Vers 46, er stört am Kreuz angeblich, Gott stört. Ja, ohne Wille. Und was sagt er? Angeblich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein gläubiger Mensch sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein Prophet sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass Gott selber sagt, der gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wofür? Gott ruft selber, mein Gott, mein Gott, warum hast du verlassen? Nein, 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 verstehst du falsch. Das war jetzt die fleischliche Seite von Jesus. Fleischliche Seite. Das war die fleischliche Seite. Er hat gerade alle Sünden der Menschen übernommen. Man sagt, er konnte nur das Opfer sein aus zwei Gründen. Erster Grund, er hatte keine Sünde. Wir haben schon gesagt, doch, er hat mit seiner Mutter so geredet, angeblich laut Bibel, laut Koran. Und wenn er im letzten Moment sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist er der größte Ungläubige. Dann ist er der größte Sünder. Schau dir irgendeinen Märtyrer auf der Welt an, ob das vom Christentum, Märtyrer, oder vom Islam ist. Der lächelt, der lacht sich fort. Aber meinst du, er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Muslim, der sollte in heißes Öl hineingeschmissen werden. Und dann fing er vorher an zu weinen. Und dann hat er gesagt, sehr high, jetzt haben wir seinen Willen gebrochen. Und dann hat er gesagt, warum hast du geweint, so und so, der ihn umbringen wollte. Das ist vor damaligen Zeiten gewesen. Er hat gesagt, ich habe geweint, nicht wegen Angst, sondern ich hatte gewünscht, 90 Mal, ich hatte gewünscht, mit den Anzahlen von meinen Haaren so oft von dir auf diese Art getötet zu werden. Und Gott selber, der für die Menschen getötet werden soll, der sowieso kommt, um dafür zu sterben, Gott stört, kommt auf die Welt, und will dann doch nicht mehr und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, jeder Mensch, der wirklich die Wahrheit will, wird diese Sache akzeptieren. Die nächste Sache ist, warum müsste Jesus selber sterben? Warum musste Gott kommen? Wird erklärt, weil für das Opfer, für alle Menschen, konnte nur das perfekte Opfer gelten. Das heißt, es konnte sich einfach eine Kuh schlachten und die Kuh gilt dann für alle Menschen. Dann sagen wir jetzt, okay, ist Gott gestorben? Dann sagt er, ja nee, das kann man so nicht verstehen. Es ist nun die menschliche Hülle von Jesus gestorben. Aha! Dann ist ja das perfekte Opfer, was getötet werden sollte, am Ende doch nicht getötet worden. Das heißt, egal, wo du dich hindrehst und zurückdrehst, du kommst zu dem Ergebnis, dass diese Sache Widersprüche aufweist, durch und durch und durch. Sowohl im Text, als auch in der Logik und dass der Koran darauf die Antwort hat.